Einen wurschtun guten Morgen an alle, die zum ersten Mal da sind und natürlich auch an alle, die schon wieder da sind. Ja Mario, was machen denn die Allcoins? Ja, weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht reingekommen, noch ein bisschen früh, aber können wir jetzt gerne zusammen machen. Lasst mal gerne ein bisschen Liebe da, ein bisschen den Like-Button kaputt drücken und ihr kennt das Format. Wenn ich Coins für euch analysieren soll, müsst ihr das auch in die Kommentare schreiben. Noch kann ich nicht hell sehen und wissen, welche Coins ihr euch wünscht. Wie sieht es aus bei Litecoin? 113, da haben wir gestern ebenfalls gesagt, wenn wir den Tag hier unter der grünen Linie verbringen, ist das erstmal schlecht. Und die nächste Kerze kann eine Retest-Kerze sein und genau so ist es aktuell Retest-Kerze dieser Ex-Bärenflagge, dieses Ex-Kanals. Mal sehen, was jetzt geht. Bisher nicht viel. Ist sowas hier erstmal nett? Jo, mir nicht. Hat das jetzt irgendwie irgendwelche Auswirkungen auf mein Trading? Nö, überhaupt nicht. Das ist erstmal schön, aber mehr auch nicht. Wenn wir hier über diese Marke kommen und das ist die Marke von 116,50 ungefähr. 116,50. Das ist diese grüne Linie. Wenn wir da drüber kommen, wenn wir den Tag heute da drüber schließen, alles klar. Das sieht für mich dann ein bisschen besser aus. All das hier ist schön, mehr aber auch nicht. Und ich suche jetzt gerade noch nicht nach der Long-Position. Ja, obwohl wir hier diese absteigende Linie nach oben hin brechen. Aber ihr seht das, wir haben noch diese beiden vor uns. Bevor ich persönlich dann sage, alles klar, ab diesem Zeitpunkt könnte es ein bisschen bergauf gehen. Hier suche ich persönlich eher nach dem nächsten Short. Und dann kommt der ganz klar 4-Stunden-Kerze unter der Marke von 110 Short rein. Und dann mal sehen, wohin die Party geht in Richtung Süden. XRP 2% im Plus. Hier gibt es im Endeffekt nicht viel zu sagen, außer, dass wir uns weiterhin in dieser Area aufhalten. Zwischen ungefähr 92 Cent und 76 Cent in diesem Kanal. Und solange wir da drin sind, machen wir im Grunde genommen auch gar nichts. Wir bewegen uns hier hin und her. Hin und her, Taschen leer. Ihr kennt das. Ist das jetzt schön, dass wir hier wieder Halt gemacht haben. Mal wieder, mal wieder bei der 76 Cent haben wir hier schon gemacht. Haben wir hier schon gemacht. Und hier gemacht. Jedes Mal ging es hoch bis auf die 84 Cent. Hoch bis auf die 84 Cent. Kann das jetzt auch passieren? Beziehungsweise hoch bis an diese gelbe Linie. Kann das jetzt auch passieren? Jo. Und wer Bock drauf hat, dann nimmt natürlich jetzt sofort die Long-Position ein. Und hofft darauf, dass wir da wieder hinkommen. Na, bitte vergesst das nicht. Wenn ihr das Ganze jetzt macht, ist das noch sehr spekulativ. Aber das hier, seht ihr, das ist gebrochen. Ausbruch, Retest, Follow. Wieder nach unten durchgebrochen. Abwarten. Ich würde den Long nehmen, ab der Marke von 80 Cent. Und wenn wir dann die 80 Cent nach oben hin brechen, versuchen relativ zügig mein Stop-Loss auf Break-Even zu kriegen. Jetzt nicht bei 80,1 Cent. Aber wenn wir natürlich hier über die 82 Cent kommen, über diese beiden grünen Linien, dann würde ich schon versuchen, den Stop-Loss erstmal auf Break-Even zu setzen und gucken, wie es von da aus weitergeht. Es bleibt dabei. Closen wir hier unter 75 Cent. Geht sofort runter auf die nächste Linie. Okay, die ist nicht weit entfernt. 73,8 Cent. Aber brechen wir 73,8 Cent nach unten. Dann ab die Fahrt in Richtung Süden. Cardano. Plus 3,4 Prozent. Aktuell. Jo, erstmal schön. Kleine Erholung nach ordentlich Absturz, sage ich einfach mal. Aber das ist auch kein großer Grund zur Freude. Ihr seht, auf Tagesbasis haben wir unter diesen ganzen Kerzenkörpern geschlossen. Und solange wir da drunter sein, kann alles, was ihr bis dahin seht, ein Retest der nächsten Linien sein. Ausbruch nach unten. Aufgesetzt auf grün, die nächste Tageslinie. Retest dieser Linie unten mit der nächsten Kerzen durchgeflogen. Aktuell Retest der grünen Linie. Mal sehen, wie es von hier aus weitergeht. Ist das jetzt in irgendeiner Art und Weise positiv? Nein. Schön um die 3,38 Prozent. Aber um hier eine Long-Position einzunehmen, ist das noch viel zu früh. Dann müssen wir mindestens die Marke von 1 Dollar und 4,5 zurückgeobern, bevor ich sagen würde, okay, ab hier lohnt sich das Ganze für mich. Und es sieht wieder ein bisschen positiv aus. Und das ist diese lila Linie. Ansonsten passt auf, dass wir von hier jetzt nicht weiter abschmieren. Und das berühmte Haarmacher, sage ich mal, Absturz, Bounce und dann wieder in Richtung Süden abfliegen. VJ. 2 Prozent im Minus. Noch einer aktuell der schlechteren Coins, sage ich einfach mal, mit diesen 2 Prozent Plus. Das ist erstmal schön. Ja, aber das ist nichts anderes als der Retest der Marke von 5 Cent. Da sind wir gestern zum ersten Mal auf Tagesbasis durchgeflogen, nachdem das alles Support war. Diese rote Kerze, Abflug nach unten, Retest der 5 Cent. Mal sehen, was V-Chain draus macht. Wenn wir von hier aus wieder runterziehen sollten und wir unterschreiten die Marke von 4,9 Cent in Richtung Süden Short rein, denn dann geht das Ding wieder in Richtung Süden ab nach unten. Erstes positive Anzeichen, wenn wir das zurückerobern der Marke von 5,5 Cent und dann könnte man auch über eine Trading Position nachdenken. Solana macht sich dagegen ganz gut, nachdem wir die Tage gesagt haben, puh, einer der schwächeren Coins, sage ich erstmal, wir haben die erste positive Marke zurückerobert. Das ist diese hier, ja, die habe ich per Hand eingezeichnet, deswegen sieht die ein bisschen schmierig aus, sage ich einfach mal. Das ist schön. Jetzt kommen wir in die nächste goldene Linie und danach in die wichtige Marke von 97 Cent. 97 Cent, 97 Cent wäre böse, sage ich einfach mal, wenn wir die Marke von 97, 80, grob, 98 zurückerobert. Dann würde ich über eine erste Trading Position nachdenken, denn ihr seht, dass wir hier diese ganzen Clothes drin haben. Wig in diese Marke, hier, 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 drauf, Ausbruch nach oben draufgesetzt, Support, Support mit der Kette runtergebrochen. Und angetestet, Abfluch. Na, das ist die Marke von 98 Dollar. Über der Marke von 98 Dollar nehme ich die Trading Position ein, von daraus geht es nach 100. Ja, 100 ist jetzt auch nur psychologisch wichtiger, ist dabei die Marke hier ungefähr von 101 Dollar und 50 und danach weiter hoch. Ansonsten lasse ich aktuell erstmal die Pflege von Link. Link haben wir gestern ebenfalls gesagt, dass das nicht so positiv wäre, wenn wir das Ganze unter 14,50 verbringen. Wir haben den Tag genau auf 14,50 beendet und sind seitdem, ja, wieder sehr schön hochgezogen. Ihr seht das hier, die letzten zwei 4-Stunden-Kerzen sind richtig gut reingeballert. Das ging von 14,50 hoch um 5% aktuell. Aber, richtig, das ist nichts anderes als ein Retest der Marke von 15,20. Wenn wir hier wieder drüber kommen, über die Marke von 15,55, hey, dann sehe ich das Ganze auch positiv und dann nehme ich eine Trading Position ein und würde mich freuen, wenn wir hier in die Marke von 16,40 irgendwas kommen und dann weiter aufsteigen. Das ist natürlich dann sehr, sehr schön. Aber, alles was da drunter ist, ist Gequatsche, Neues, sagt man. Das ist einfach nur, ja, nichts, was mich interessiert. Wenn wir hier unter 14,50 schließen, ist sowieso erstmal Game Over. Das war es für die All Coins. Gestern 1000 Leute das Video gesehen, 150 mal geliked, aber keiner hat ein Coin reingeschrieben. Also gibt es für mich für heute nicht mehr zu analysieren. Ist auch okay, weniger Arbeit und von daher, vergesst es bitte jetzt mal nicht, in die Kommentare zu schreiben, welchen Coin ich morgen für euch analysieren soll und dann versuche ich das zu realisieren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start in diese Trading Woche, in diesen Montag und wir sehen uns gleich noch im Marktupdate.